Manchmal hat man das Gefühl, als ob etwas fehlt. Man verlässt das Haus und ist sicher, etwas vergessen zu haben. Nur was? Man spürt eine große Leere und dass man eigentlich etwas ganz anderes tun sollte. An einem ganz anderen Ort. Aber die Leere lässt sich nicht ausfüllen. Denn sie ist keine Lücke in unserem Schrank. Oder etwas, das unserem Magen fehlt. Es ist wie ein Songtitel, der einem nicht einfällt. Wie ein Puzzle, dem ein Teil fehlt. Es ist der Teil in uns, von dem wir nie ahmten, dass er fehlt. Weil wir ihn an diesem Ort nie vermutet hätten. Ein Ort, an dem es nicht um Essen geht, sondern um Gefühle. Wo man erkennt, dass man keine neuen Turnschuhe braucht, um wieder laufen zu lernen. Ein Ort, an dem man nie das Gefühl hat, etwas vergessen zu haben. Sondern spürt, dass man alles Wichtige in sich trägt. Wo 140 Zeichen zu viel sind, wenn man einfach keine Worte findet. Und plötzlich ist das Puzzleteil wieder da. Und macht das Bild komplett. Das war es also, was wir tun wollten. Und zwar genau an diesem Ort. Wo die Leere einen komplett ausfüllt. Und man mitten im Nichts erkennt, dass man gar nichts anderes braucht. Ein Ort, den man nicht entdeckt, sondern der uns hilft, uns selbst zu entdecken. Wenn wahr es sich, findest du in Peru. Komm und sie selbst. Peru. Land der verborgenen Schätze.